Da kann man jetzt auch mal ein paar Sachen ausbauen. Wir können wieder ein bisschen Geld abheben. So, was wollte ich jetzt für eine Mission machen? Richtig, äh, Kortisanen. Am Weg kann man ja den Aussichtspunkt hier machen. Dann mach ich den Kortisanen-Scheiße. Genau, den Kortisanen-Auftrag. Kein Punkt, Bekanntheit. Oder so bisher. Ezio, der kann doch eigentlich mit den Frauen. Wieso schlägt der sie dann? Das ist hier die Frage, die wir klären. Wir klären dann mal ein bisschen über die Dächer. So. So. Das Pantheon hat auch ein Cluster. Merke ich gerade. Ich komme aber hier nicht so einfach hoch. Da brauchen wir schon was Besseres. Deswegen gehen wir einfach mal rein und holen uns das Cluster. was nämlich dort versteckt ist. Jetzt nur die Frage ist, wie wir da hinkommen. Ja, ich weiß, wir haben noch keine Hauptmission gemacht, aber wir machen gleich die Hauptmission. Hey, Desmond. Hey, Desmond. Laden. Das Individuum hat nur den eigenen Gimmel vor Augen und wird dabei, wie in vielen anderen Fällen, von einer unsichtbaren Hand zu einem Ende geführt, das nicht in seiner Absicht lag. Keine Ahnung, wer das unterschrieben hat. Weiter. Laden. Ja, wieder so ein Rätsel. Ja, wieder so ein Rätsel. Dann hat sich direkt auf die Hätsel stata. Ist doch groala. Komm ist alles reinerd. Ich werde nicht sehen. Hmm. Ich glaube, ich habe irgendwas verdreht. Ich mache es nochmal. Puzzle spielen. Ich mache es einfach nochmal. Tut mir leid, ich habe, glaube ich, irgendwas verdreht. Also, ich kann es gerade nicht logisch vor. Cluster 2, ja, das wissen wir ja. Wir können das jetzt auch alles überspringen eigentlich. Laden können wir natürlich nicht überspringen. Laden. So. 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 Vielen Dank. So, er hat geschafft. Der weitaus größte Teil dieser Güter, dieser Objekte der Begierde, werden durch Arbeit hergestellt und sie können vervielfältigt werden. Nicht nur in einem Land allein, sondern in vielen fast unbegrenzt, wenn wir bereit sind, die erforderliche Arbeit zu investieren. Laden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Laden. Laden. Ich konzentriere mich jetzt ein bisschen, versuche so ein bisschen was daraus zu machen und das Richtige zu machen und deswegen bin ich jetzt ein bisschen leiser und irgendwie nicht konzentrierter als sonst. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Perfekt. Laden. 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 Quarantäne-Zone. Quarantäne aufgehoben. Jo, alles klar. Noch viel Unbekanntes. Ich weiß nicht, ob du nach Spuren von 16 suchst, aber das letzte Mal hat das Adlerauge immer dabei geholfen. Das macht schon wieder einen auf cool Alter. Ja, ich weiß, dass man hier hochkommt auf das Pantheon, das ist ja das Pantheon hier. Allerdings muss man sagen, ist das viel einfacher mit den Kletterhandschuhen, die wir momentan leider nicht besitzen. Deswegen werde ich jetzt einfach zur Mission gehen. Habe ich jetzt so beschlossen. Damit wir auch mal ein bisschen Hauptmission sehen in dieser Aufnahmestation, denn das wollen wir auch zum größten Teil sehen. Und ich gehe genau in die falsche Richtung. So. Glaubst du, du kannst tun, was dir gefällt, Stronzo? Ja, kann ich. Denke ich schon. Wir reiten jetzt ein bisschen schneller unterwegs. Zwar nicht dann auf den Dächern, aber sonst ganz gut unterwegs, würde ich sagen. Hier ist ein Aussichtspunkt. Nee, ist ein Bordje. Hm. Als würde er schon helfen. Hat das Vorhaben abgesegnet. Das würde ja schon helfen eigentlich, oder? Schwierigkeit 5. Das ist natürlich schwierig. Haha. Wer hätte es gedacht? Ja, okay. Das wäre schon kurz mal. Fünf. Der ist feige. Tja. Müssen wir natürlich gucken. Hm. Es ist Bordje Banner entfernen. Halt! Ich kenne mich nicht. Es ist wie… Besoffen. Wir sind mal... Er hat mich wirklich an jemanden... Zurück zur Patrouille. Ich guck mal auf der anderen Seite. Der Hauptmann sagte... Wartet einen Moment. Ja, passt zur Beschreibung. Verdammt, ich verliere ihn. Wo ist er hin? Weg! Wahrscheinlich gar nichts. Was haben wir denn? Hm, was kann man machen? Kann natürlich durchlaufen. Versuchen. Ja, es hat geklappt. Ja, es hat geklappt. Es hat geklappt, Alter. Wow! Hohoho! Was für ein Monster-Move. Was für ein Monster-Move, Alter. Junge, 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 Junge. Habt ihr den Move gesehen, Alter? Fallen gelassen, nach vorne gekippt, durch die Wachen durchgerollt. Und dann einfach nur noch hier. Oh, göttlich, Junge, göttlich. Genauso funktioniert, wie ich es wollte. Genauso. Jetzt müssen wir aber erstmal auf den Turm kommen. Das wäre zumindest schon mal gut. Gut. Das wäre auf jeden Fall schon mal gut. Positiv. Wäre auch positiv, wenn du dich festhalten würdest. Aber ich weiß, dass es zu viel verlangt eigentlich jetzt hier, oder? Eindeutig. So. So, wir haben es geschafft. Perfekt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So. Synchronisierte Aussichtspunkte 7 von 24. Und das nur durch Borgia-Banner. Äh, Borgia-Türme. Und jetzt machen wir auch die Mission, die wir eigentlich machen wollten. Und das war jetzt gerade für Sie. Und dann mal in den beiden Jahren. Da sind die Idee-Türmer. Ja. Wärme allerinen. Also, da sind wir noch mal eben. Ja. Und das war, das war ja auch. Dass wir so. Und so, das war ja auch. Ja, ich war mir ja auch. Also, dass wir das ist da,